Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Giga Gameplay. Dieses Mal wollen wir uns wieder gruseln in einem Spiel, das da heißt Dreadout. Was genau das ist, das finden wir jetzt raus. Ich kann aber verraten, es hat mit Handys, Geistern und Indonesien zu tun. Los geht's. Ja, wir fangen an mit einer Intro-Sequenz, die mich ehrlich gesagt, also ich möchte nicht sagen, aus dem Spiel geholt hat, bevor die überhaupt drin war, aber sie nimmt einen mit. Sie nimmt einen mit, da ist mir aber sehr gespannt. Das kommt von indonesischen Entwicklern. Richtig, von den Digital Happy Studios, Happiness Studios. Ein Entwickler, den man, oh. Wieso tiert denn das bei uns so krass? Das weiß ich nicht, eben hat das nicht so krass getiert. Ist aber egal, weil das sieht trotzdem aus, wie es aussieht. Ja gut, das muss man gleich dazu sagen, dass ihr grafisch jetzt nicht das Großartigste erwarten solltet. Ich mag aber diese Musik. Es geht nicht um ein Horrorspiel, übrigens. Es ist ein Horrorspiel. Ja, genau. Indonesische Entwickler, die haben letztes Jahr im März die Demo auf Steam Greenlight veröffentlicht und haben seitdem daran gearbeitet. Und haben jetzt den ersten Teil rausgehauen. Für, ich glaube, knapp 18 Euro oder sowas. Der zweite Teil wird dann nachgeliefert, umsonst für alle, die das Ding quasi unterstützt haben. Und ja, es ist ein Third-Person-Horrorspiel, das so ein bisschen an die, wie heißt das auf Deutsch, die Zero-Spiele ist das, glaube ich, ne? Ja, ja, Project Zero. Project Zero, das heißt, man läuft da mit einer Kamera durch die Gegend und fotografiert Geister. Genau. Ja, also gewöhnt euch lieber schnell daran, dass es halt aussieht eher wie ein PlayStation-2-Spiel. Mit etwas, etwas besserer Auflösung. Und das ist eine Sache, die... Also es gab damals die Demo, die habe ich wirklich gerne gespielt. Und fand das auch sehr schön. Aber das ist, äh, ja, was anderes. Wir spielen das Fräulein. Und wir sind eigentlich unterwegs zu einer Schule oder zu einem Ort und Verfahren uns aber natürlich. Und hängen jetzt hier an dieser Brücke fest. Da sollte man schon anfangen skeptisch zu werden. Da sollte man schon anfangen skeptisch zu sein. Genau, wir haben, ähm, dieses Smartphone, mit dem wir schöne Fotos machen können. Können wir uns dann auch angucken. Gleichzeitig ist natürlich wie ein Smartphone, das so üblich hat, auch eine sehr, sehr starke Taschenlampe. Ich frag mich, was da die Akkus zu sagen. Das ist aber wirklich nicht unüblich. Ne, ich weiß, aber die machen ja tatsächlich die Akkus komplett kaputt. Ja, ich weiß, aber... Das ist so eher uncool. Die Leuchtkraft ist wirklich beeindruckend. Das ist schon nicht schlecht. Genau, so, und dann fängt das jetzt quasi an. Oh, er muss hier noch ein bisschen, naja. Wir müssen jetzt ein kleines bisschen abwarten, weil jetzt sind sie natürlich alle... Ja, ja, sie wollen jetzt halt wissen, wo es weitergeht und sowas. Du kannst jetzt mit denen reden, oder... Ich kann jetzt mit denen reden, oder auch einfach mal... Der hat auch mal eine Hauttextur. Ja, komm, jetzt lass nicht zu viel auf die Grafik. Ich möchte nicht, ich möchte nicht, ich möchte nicht... Grafik. Jetzt, genau. Also ich hab vorhin mal kurz reingespielt. Ja, was muss man denn jetzt machen? Ja, genau. Das ist nämlich schon das erste Ding. Ich hab keine Ahnung gehabt, was ich machen soll, bis ich dann mal mit ihm gesprochen hab. Weil er hantiert hier im Gerü... im Gebüsch. Und geht dann plötzlich durch. Nicht auf den Controller. Nee, und dann ist er halt durchgegangen. Ach so. So, und jetzt können wir ihm hier quasi folgen. Also wir wissen nicht, wo wir sind. Wir wissen, da hinten ist irgend so eine Stadt. Okay, und jetzt gehen wir einfach random in eine Richtung, beziehungsweise halt versuchen, die Stadt zu erreichen. Genau. Und das ist so spannend, dass ich's kaum in Worte fassen kann. Ich muss aber ehrlich sagen, ich mag so dieses Setting an sich ganz gerne. Also weil das so ein bisschen anders aussieht. Ich find interessant, dass du nicht alleine startest. Das war ganz viele Horrorspiele, fangen ja so an. Du bist alleine irgendwo, sondern hier bist du mit deinen Kameraden. Und wahrscheinlich ändert sich diese Alleinsituation gleich, aber... Ja, ja, genau. Das... zumindest als Start find ich's interessant. Ich war aber ein bisschen irritiert, ganz ehrlich, weil die Demo etwas anderes Bild vermittelt hat, als das, was man hier kriegt. Weil das ja doch schon sehr... Also ich hab das Gefühl, sie spielen auch so ein bisschen mit diesen Klischees, weil das ja alles sehr, sehr bekannt irgendwie wirkt, ne? Also, naja. Dein Ziel wurde geupdatet. Ja, ja. Ich kann hier übrigens dann auch reingucken. Ah. Hab hier so ein Buch. Da wird mir so ein bisschen was erzählt. Das ist doch ganz nett. Kann dann auch meine Screenshots nochmal angucken. Was ich ganz cool finde, weil du so eigentlich das ganze Spiel dokumentieren kannst. Doch waren wir alle glücklich und dann waren sie alle tot. Und genau, jetzt kommen wir hier in diese Stadt rein. Ich frag mich hier wirklich, ob der Nebel, ob sie das gemacht haben, um die Atmosphäre zu erzeugen oder weil sie es technisch nicht anders... Mich interessieren immer diese fliegenden Dinge. Die sieht man so oft, dass überall so Seiten durch die Gegend fliegen und ich nie weiß, wo die herkommen. Das ist Möbel einfach, der sich ansammelt, Mats. Ach so, ja, ja, aber der fliegt doch nicht so durch diese... Doch. Also, geisterhaft, ne? Gerade was so Horrorspiele angeht, gibt's halt nicht genug wirklich Gutes. Es gibt mehr als genug Horrorspiele und neulich kam ja dieses Daylight, aber... Ja. Was auch mit diesem Handy fungiert hat und sowas, aber... Ist das Skrillex? Das hat halt nicht so funktioniert. Sieht aus wie Skrillex. Was? Nein. Macht denn Skrillex hier? So ein alter Skrillex. Das ist doch Skrillex. Gau mal an, wie das Skrillex ist. Ja, ja, man... Was sind das für Kinder? Tja, man... Internet ist... Wird mal... Ja, aber sowas, sowas finde ich ja wieder schön. Ey, genau. Einstieg. Merkst du was? Ja, dauert. Ja. Aber in Silent Hill bist du auch ne Weile durch die Stadt gelandet. Ja, das stimmt schon. Da hast du nur dann schon so Geräusche gehört. Ja, warum diese Stadt wohl... Abandoned wurde. Ich weiß es nicht. Oder immer. So, das hier ist dann das Hauptareal, sozusagen. Ich glaube, es geht noch ordentlich weiter, aber hier fängt's auf jeden Fall an. Muss mal auf die Texte achten, auf die Untertitel auch sehr gerne. Die ich extra links jetzt zentriert habe, dass da... Ja, extra. Das war das erste Mal, dass wir uns kennengelernt haben. Du siehst immer noch nicht, nicht wahr? Oh, ich verstehe. Typische Mädchen-Zeit. Hey Leute, wir sind über die Insel zu schauen. Willst du kommen? Vielleicht später. Okay, du hast verloren. Ja, das ist so. Was? Oh Gott, die Gesichter. Finde ich ziemlich spooky. Okay, das war... Einer der merkwürdigsten Kanzziens, die ich je gesehen habe. Verstehst du, was ich meine? Man geht hier rein und erwartet so Horror und Schleichen und Silent Hill und weißt ja gar nicht was. Das war jetzt wahrscheinlich die Figur einfach näher bringen. Ja, ja. Ich war so gefreut. Aber du warst nicht sogar geflogen. Und du hattest ein Rock an ihn. Nein. Ich weiß nicht ob... Also, ich saß beim ersten Mal spielen da und war einfach... Ja, vor allem, es bricht halt jetzt komplett mit der Atmosphäre. Aber, weiß nicht. Also, mal abgesehen davon, dass der Dialog wirklich nicht gut ist, weil das ist so Teenage-Mädchen, wie sie sich einen 50-Jähriger vielleicht vorstellt. Ein Indoneser. Indonesier? Indonesier. Indonesier. Indonesischer 50-Jähriger. Ähm... Aber andererseits... Ist übrigens Nacht geworden. Genau. Spieltechnisch ist das wahrscheinlich einfach nur, um Kontrast zu bieten, ne? Jetzt alles so ein bisschen leichtherzig machen und dann... So, und jetzt kommt natürlich der... Wir haben jetzt bis nachts gesessen. Ja, genau. Es ist jetzt dunkel. Oh. Oh. Jetzt kommt auch wieder so ein... So ein... Okay, jetzt stehe ich hier und kann hier... Oh krass. Ist aber wirklich dunkel. Und das finde ich schon... Schon schön. Das ist gut. Und jetzt dachte ich, okay, jetzt gehst du hier mal langsam rein und jetzt musst du dich wahrscheinlich suchen und bist ganz alleine. Und oh, und überhaupt. Aber... Aber... Nächste Cutscene. Okay. Finde ich, hätten sie auch... Von hier ist das Licht wieder... Ein bisschen mehr... Und jetzt... Uh. Es ist bereits schmerz? Ich weiß nicht, ob die mir erzählen wollen, dass sich das tatsächlich jetzt einfach... Es einfach dunkel geworden ist und dass sie es draußen noch nicht gemerkt haben, oder? Jetzt fehlt natürlich einer. Oh, draußen ist wirklich deutlich dunkler als drin. So, einer fehlt. Okay. Ich weiß nicht, ob ich die... Mystery, Mystery! Das müssen wir jetzt lösen. Genau. Seht nur ihre verzweifelten Gesichtsausdrücke. Ja, Jan ist halt auch so... Sie, sie ist schon... Komisch jetzt, ne? Merkt man, beste Freundin, eben noch so lustig drauf. Jetzt eher so... Zombie. Kein Empfang mehr. Nee. Geht auch keiner mehr ran. Geht auch keiner mehr ran. Das Drama. Ja, Jan! Das hat jetzt noch die Sims erinnert. Ja, Jan! Oh, was ist das mit ihr? Ja, sie ist anders. Ohne Psychik? Und jetzt so... Zack, zack, zack. Punkt. Und jetzt... Ich... Ich hab aber auch wirklich Probleme, dem zu folgen, was passiert. Warum ist sie jetzt ganz alleine hier? Also... So. Hm. Also sie ist wahrscheinlich irgendwo hingegangen, um zu erkunden oder sowas, und kann jetzt nicht mehr zurück. Oh nee, du bist ja immer noch hier. Ja, aber ein Spiel, bei dem ich dann sitze und dann... Ja, ja. Ah, vermutlich. Äh, ja, genau. So, jetzt fängt das Spiel aber dann tatsächlich an, so ein bisschen Spannung aufzubauen. Ich mag tatsächlich sehr die Lichtgeschichte. Also dynamische Schatten, so, ne? Mhm. Das macht schon viel aus. Ähm. Ja, vor allem hier fällt ja noch Licht von draußen rein, mehr oder weniger, aber... Ja, so ein bisschen Mondlicht. Wir können uns jetzt hier quasi frei aussuchen, wohin gehen wollen. Ich guck mal hier lang, direkt. Ja, ja. Einfach mal gucken. Geh mal in die Kantine. Das ist schon sehr... Aha. Hast du... Hier wär's halt cool, wenn man noch so eine Map kriegen würde von... Ja. Von... Ich weiß nicht, ob man da noch eine findet. Wie gesagt, ich hab jetzt auch noch nicht so viel. Da kann man sich übrigens auch erschrecken. Wenn das dann das erste Mal so... Ja. 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 Okay, scheinbar können sogar Smartphones von Geistern besessen werden. Hm. Da hat man so ein leichtes... Hm. Da dachte ich schon... Okay. Okay, okay. Das... Das kriegt auch einen sehr fiesen Ton. Ich werd das jetzt mal ein bisschen lauter stellen in... So, und dann... Was? Was? Was ist das? Was ist das? Schieße? Schwein? Wie kein Schwein? Schlafende Schwein. Es lebt noch. Wieso lebt das noch? Oh! 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 So! Und jetzt hat man eben diese Funktion, man kann Fotos schießen... Und... Schieß doch! Ah! Lauf doch mal weg! Sie wollte jetzt irgendwie nicht schießen. Jetzt schießt sie wieder. Okay. So. Und dann vertreibst du es. Dann vertreib ich das in diesem Fall. Äh, und dann gibt's ja diese schöne... Schöne Geschichte, dass man, äh... Wie gesagt, die Fotos ja nochmal angucken kann, aber hier auch wohl dann die... Was zum Teuer sind. Was zum Teuer sind. Da. Dann kann man sich die angucken. Baby... Nigebit. 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 So. Aber Infos. Wer hat sie jetzt den Namen? Das... Ey, Wikipedia. Hat sie so eine App wie Shazam oder sowas, nur halt für Monster... Info geht übrigens nicht. Schade eigentlich. Ja, genau. Kannst du die Fotos nochmal angucken von dem Feed? Äh, von dem Feed fände ich nochmal. Nochmal... Da ist die Kamera. Und dann... So. Ah, ja. Schön, dass auch der Mauszeiger dann wieder drin ist. Dann kriegt der hier so ein Menschengesicht. Ich weiß nicht, aber ich find das sehr... Also das find ich schön, dass die Fotos, die du quasi auch im Spiel benutzt, dann nochmal angucken kannst. Das hat so einen... So einen schönen Faktor. So, ich geh da jetzt aber nicht mehr lang. Warum nicht? Ach, wie der ist das Schwein hingelaufen. Na gut, okay. Äh... Das wird schon seinen Grund haben, dahin zu sein. Bestimmt. Das sind leere Räume, so wirklich komplett leer. Ich lebe ja übrigens Toiletten in Horrorspielen. So diese... Ist immer gut. Immer beste Idee. Das blutig vollgestopfte Klo ist ein... Eine Tradition des Horrorgenres. Mhm. Ich glaube, es gibt ein ganzes eigenes Genre dafür. Klohorror? Das heißt Klohorror. So, da geht's hoch. Ich will mal gucken, wo das Vieh hin ist. Das würde mich tatsächlich interessieren. Hier ist eine Nebelwand, oder? Ist das da einfach nur Nebel? Oder soll das raus sein? Guckst du da raus? Ja, du guckst raus. Ja, du guckst raus. Hier. Hm. Ist ein Schwein hier durchgeprescht? Schweini, Schweini, Schweini. Oh, da ist eine Ratte. Siehst du da hinten rein? Da sind doch irgendwelche Wurzeln. Hier irgendwas. Hast du auch was? Das kam, glaube ich, von draußen hier. Also wenn solche Geräusche kommen, heißt das eigentlich immer, dass irgendwas in der Nähe ist. Oh, da war's, da war's. Rechts. Oh Gott. Oh Gott. Hast du das nicht gesehen? Nee. Hast du das nicht gesehen? Ja, mach Fotos. Alter. Das ist besonders schüchtern. Was ist denn? Hä, das verschwindet dann einfach? Oder was ist... Nee, da ist es rein. Da rein? Da durch meinst du? Keine Ahnung. Was ist doch gerade hier reingegangen? Die Schweinejacht bei Giga, ey. Ja. Das liegt hier? War das auch auf? Naja, jetzt... Also wenn ich das jetzt so im Privaten komplett spielen würde, würde ich tatsächlich jede Tür aufmachen. Überall rein. Oh, da ist was! What the fuck? Das war ja hinter dir. Da siehst du's nicht? Das ist da rumwirbeln. Was ist denn das? Fühlt aus, als wäre da irgendjemand, oder? Geh mal hin. Doch, da ist doch auch irgendwas. Da? Jetzt geht's wieder weg. Ist ja nur ein Phantom oder sowas, aber es tut dir nichts. Da, da steht's. Da, da, da. Oder tut's dir was, wenn du jetzt reingehst? Nö. Nö. Hm. Wie merkst du dich? Mach mal ein Foto. Geht's weg. Ah! Oh! Oh fuck! Okay! Okay! Oh! Oh! Alles klar! Oh! 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 Gerät weg! Oh! 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 Wenn der Blut schon rot ist, sollte man eigentlich ... Ja, sie ist jetzt ... Oh, da ist er wieder. Oh, da ist er wieder. Naja, ich nenne ihn Klaus-Dieter. Ich hab keine Ahnung, ob man die quasi final irgendwie besuchen kann. Ich glaube, du vertreibst sie immer nur. Ja, also ihn hier zumindest, als wäre er, wo er hinläuft. So, das war der furchteinflößende erste Teil. Es geht allerdings noch weiter, nämlich genau dort. Dort werden wir schauen, was es mit dieser Schule auf sich hat. Und auf der anderen Seite geht es noch zu einer ganz speziellen Sache, nämlich... Weiß ich nicht. Ich auch nicht. Aber da wird bestimmt irgendwas total tolles sein. Kann ja nur toll sein, wenn das von uns ist. Ganz toll, ganz wunderbar. Großartig.